Na hallo zusammen, hier ist wieder euer Taylor und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs. Beziehungsweise, wie ihr schon sehen könnt, befinde ich mich hier auf einem Plateau oberhalb von Shatra. Und ja, hier bin ich, weil ich euch mal wieder so einen kleinen Achievement Guide bieten möchte. Heute geht es nämlich um den Erfolg, die Macht ist euer und diesen findet ihr unter Quests und dann Draenor. Ja, was müssen wir für diese Achievement machen? Wir müssen die Macht aller drei Kristalle oder Runenkristalle in Shatra verbinden und das tun wir, indem wir hier diese drei Kristalle anklicken. Dazu brauchen wir aber zunächst drei Spieler, denn ihr habt vielleicht kurz gesehen, vor diesen Kristallen waren drei Runen auf dem Boden. Und diese Kristalle können wir erst anklicken, wenn jeweils ein Spieler auf dieser Rune steht, also sprich drei Spieler, jeweils einer auf jeder Rune. Ja, dann haben wir hier so einen Buff, je nachdem was wir von Kristall angeklickt haben. Und mit diesem Buff müssen wir dann im Endeffekt diese NPCs angreifen oder irgendwelche NPCs. Denn es ist so, ihr stapelt dann, wenn ihr mit dem Buff hier einen Gegner angreift, einen Debuff auf den Gegner hoch. Und wenn wir es schaffen, alle drei Debuffs auf einen NPC zu kriegen, dann erhält man das Achievement. Ja, der erste Mob ist ein bisschen zu schnell umgefallen, der Rogue war da noch ein bisschen zu lahm. Aber jetzt bei dem zweiten Mob, seht ihr, kommt der Schurke auch. Och, wir warten jetzt hier kurz, ich habe jetzt hier schon einen Dreierstab, also sprich, das macht auch ein bisschen Schaden. Und da hat der Rogue auch noch mit drauf gehauen, wir hatten alle drei Buffs drauf und somit ist hier das Achievement geprockt. Eigentlich eine relativ leichte Sache, aber man kann es wie gesagt leider nicht alleine machen, also solltet ihr euch dazu noch zwei weitere Spieler ranholen. Ja, dann sind wir aber auch schon wieder am Ende von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit wieder so ein bisschen weiterhelfen, sollte das der Fall sein, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Beziehungsweise, wenn ihr euch denkt, hey, das war jetzt gar nicht so übel und hat mir vielleicht weitergeholfen. Vielleicht kann er noch mehr Videos machen, die mir weiterhelfen, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ja, vielleicht ist ja mal wieder was dabei, was euch interessiert. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.